was da drum sitzen so julian ist schon wieder irgendwie ach so ja du bist nicht so in stimmung janik gut sich aus da ist weit weg na das ist doof genau die mal schlafen die schauzen so aus durchnässt luchse rös gemütlich eine frohe natur schon wieder ohne tisch gegessen erst einmal da stehen noch genug nahrung haben wir noch einfacher mal zeigen kann man da mal mehr kochen macht nacken du brauchst ein wasser genau das sind ich kochst das wundert mich gerade auch ok gegen bauen habe ich nichts was fehlgeschlagen das nicht wahr sein glaubst du es denn da kommen die hunde und holen alles wieder zurück hatte ich jetzt eigentlich irgendwo stoff natürlich nicht dann habe ich total vergessen und die toll dass gerne habe damit kann mir gescheitern bau so aus aus ihr hinten das darf nicht bis bis hier da unten könnte man auch noch bauen es war dran draußen aber nützt ja nichts machen wir trotzdem mal machen wir hier den teufelsgarn da der braucht glaube ich ewig das war die reichen oder dann bauen wir noch stoff 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 überfall sekunde ich muss hier das mal eben fertig stellen das war ordentlich ja sekunde äh baumwolle richtig richtig eine heilwurzel haben wir auch noch nicht sehe ich gerade die kann man jetzt aber hier rein bauen wird erreichen ein wort so überfall wollen wir vorbereiten die gelben forellen wieder mal wie sind es denn ein paar was habt ihr denn nichts weiter ach das sind wieder so eingeborene das ist okay die sollten ja nicht reinkommen funktionierst du blockiert durch pappel ach man du funktionierst du auch ne du auch nicht scheiß bäume da ich glaube da müssen wir ein bisschen beton verlegen jetzt kommt ihr hier mal auf komische idee mit ihrem zeug stoff und dann so nichts mehr mit pappel her da glaube ich noch nur Hier habe ich Beton verlegen, so. So, mal schauen, wann sie angreifen. Und wir haben keinen Strom, weil da noch Kleidung fehlt, okay. Ich will es erstmal auslassen. Für alle weiblichen, Pyria muss man oben nennen, ich halte mir gerade so auf. Bisschen weiblich, hmmm, ich bin weiblicher Kolonist, mal überlegen, mal schnell nachschauen. Um wir dich nennen können. Oh, oh. Ah. Du, du, du. Hmm, okay. Ah, da haben wir sie schon. Das hat man ja noch schön. Hmm, Foxy, Foxy, Foxy ist gut. Das geht. Ah, ich finde die Foxy. So. Wunderbar. Greifen die Dingchen an? Ne, ne? Sie kommen! Wie sagt mir das keiner? Ja. Hier. Hier. Habe ich dich schon? Ne, dich habe ich nicht. Da. Da. Foxy, ich brauche dich mal. Der Rest ist Nahkämpfer. Da. Die stellen wir mal. Hier so hin. Die könnte man quasi vorgerutschen. weg. Ja, die haben eine gute Reichweine. Passt. So, dann kommt mal. Sollts doch einer reinschaffen, dann sind sie gleich tot. Tötet sie. Na? Na, komm. Hier haut alle ab schon. Oh, in die Falle gelaufen. Das tut mir jetzt aber leid. Und der nächste läuft auch gleich noch in die Falle. Blup. So ein Pech aber auch. Eure Kürzbogen. Nett. Waffen nehme ich natürlich alle. Behandlung benötigt. Keine unmittelbare Gefahr. Oh, da ist auch kein Lichtsinn drin, sehe ich gerade. Geht natürlich nicht. Stillampe. Temperaturseite passen, oder? Könnte sich mal jemand um den Müll kümmern. So, die können wir mal hier. Verbrennen. So. Janik trauert wieder. So, ihr könntet mal anbauen. Achso, Brandoline ist ja verletzt. Dann geht das natürlich nicht. Oh, mir fällt gerade was ein. Ich muss mal die Zonen der Tiere wieder ändern. Sonst fressen wir ja alles weg hier. Das da können sie lassen. Das ist okay. Wie geht es denn den Tieren überhaupt? Neue Tierchen. Sehr schön. Aber sonst haben wir noch nichts anderes bekommen. Aber hier gibt es bald neue. Da schlüpfen bald wieder welche. Ich muss jetzt das Krematorium mal wieder anmachen. Und ich kann es auch wieder anmachen. Wir sind aber kein Strom. Weil wir nicht genug erzeugen. Aber. Achso, das habe ich ausgeschalten jetzt. Mh. 57 schon. Ja, mein lieber Scholli. Kocht. Nahrung. Wie die Weltmeister. Überlebensration. Haben wir auch. Mh. Sterile Materialien. Ja. Ich weiß. Das war ja auch bloß ein Witz. Mann. Mh. 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 10 Stück. Oh, das ist vegetarisch. Ah, ne. Oh, Moment. Menschenfleisch. Mäh, 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 mäh. Oh, Blutmensch. Das wollen wir natürlich nicht. Hä? Mit dem Flümchen und Bienchen, ja. Da hättest du ja was vorgab. Oh, wir brauchen mal wieder Stahl. Mehr Stahl, danke. Oh, Brandolin ist wieder da, Gott sei Dank. Es geht wieder vorwärts. Ach, hier ist ja auch noch Stahl. Okay, also Stahlproblem sollten wir keins haben. Ein bisschen viel Holz fällt mir grad so auf. Und da sind wir auch noch nicht durch. Wildtower, da eine kleine Marmor-Statue. Die installieren wir doch gleich mal irgendwo. Wieso? Schönes Krankenzimmer, ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, Janik hat wieder schon zu viel zu tun. Hunger? Wer hat 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 Hunger, dann isst doch was. Dammt. Nimmst du schwer sein. Ich glaube, ich sollte noch diesen Nahrungsmittelspender bauen. Das wäre zumindest nicht allzu verkehrt. Ich bin zwar kein Fan davon. Aber... Ich kann hier so hinbauen. Ich mag ihn nämlich eigentlich nicht. Ich kenne es nicht vorne. Da bauen wir die Tanja ab. Ich habe eh keins. Das ist ein gutes Insektenfleisch. Wieso soll das ein Debuff geben? Weiß echt, Mann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und hier kann man dann eine Tür einbauen. Und hier kann man dann eine Tür einbauen. Dann nehme ich gleich noch einen Raum. So... Produktion. Mehrstoffspender. So... Dafür brauchen wir dann noch die Drichter. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was habe ich dran? Was ist denn da? Und das Ding bitte? Äh, bitte alles abdecken, ja? Wäre schön. Ist möglich. Ja, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. ein bisschen. Und das ist die Dichter, die wir hier einbauen. Und das ist das. Und das ist das, was wir hier einbauen. Die Pesen wären, glaube ich, ganz gut. Julian macht wieder Aufraumarbeiten. Oh, ein neues Junges. Oh, das ist gar klar richtig zugeordnet. Das ist gut. Jetzt rüber, können wir gleich mal trainieren. So. Da dürfte es jetzt etwas kalt drin sein, ja. Was braucht man denn hier für 90 Stahl? Drei Bauteile. Habe ich? Habe ich. Was haben wir hier noch so rumliegen? Steinsbrocke. Da haben wir nochmal Bauteile. Da sind auch nochmal Bauteile. Da sind auch nochmal Bauteile. Ja. Ja. Passt doch. Die mal wegtragen. Danke. Ich störe ein bisschen. Wie meint das hier? Seidigen. Ah. Ah. Wassergenerale bauen. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Du das mal. Mehr Strom. Danke. Ich bin begeistert. Jede Menge Strom. So gefällt mir das. Du bist an. Du bist auch an. Okay. Oh. Wichtig. Grüße. Okay. Und du? Boah zuckt. Ja. Passt. Ja. Könntest du erstmal das Ding fertig machen, bevor du die Dinger belegst? da? Ist ja schlimm. Bewusstloser Flüchtling. 65 Jahre alten Weltenbummler. Oh. Hoppala. Dahinten war ich auch noch nicht. Ein Weltenbummler. Hm. Bedrohung unbekannt. Na. Das finde ich ja ganz super. Das ist natürlich gefährlich. Dieses tote Tür. Tier. Bleibt der jetzt liegen oder was? Das ist natürlich ungünstig. Wie meine Abfallzone. Danke. Hmm. Lecker Nährstoff. Auf. Bitte ins Spender. Lecker. Ganz geil. Äh. Fläche klettern. Das mal. Das ist ein Na. Das ist ein Naus. Das ist ein Naus. Das ist ein Naus. Das ist llpanel. Für mich. Das ist ein Naus. Eine Naus oder andere. Ein Naus oder andere. Das ist ein Naus. Untertitelung des ZDF, 2020